so kurze unterbrechung kurze unterbrechung so wir machen hier weiter ja helft dem helft dem helft dem helft nichts leisten bitte den bitte mit euch nein der hat einen priester getötet du schwein ich muss mir halt neue kaufen zack zack ich habe eine idee so das sollte reichen ich brauche ein paar dorfbewohner hier mache ich da noch was ich nehme euch damit wir hier erst mal was halten können wir hier oben halten war ich weiß nicht falls hier was angreift brauchen wir unsere gruppen ich brauche noch mehr dorfbewohner ich brauche wie genau so mehr nahrung ich habe mal ein paar von euch hier nein stelle ich doch nicht da ab die kreuzritter überfallen unsere handelsrouten ok move out meine beritten wer ja was wird hier angegriffen wo das und den ich habe noch einen ritter danke ich nehme den doch gern hey ja genau mein pies abzuschießen so dann können wir noch eine burg bauen oh dann passe ich einmal nicht auf und meine ganze armée wird vernichtet passt vielleicht wieder hier hin zurück wenn ist das court bereit mir ein paar äh pferdchen zu holen äh wieder unter dem turm Na, na. Ach, na. Wie? Ach, na. Ihr hilft auch mal aus. Ich glaube, ihre Ritter sind weg. Weil sie sind da hinten, eins und beiden. Ja, Vogel, unterstützt mich mit deinem Gesang. Ich weiß, dass du der beste Vogel aller Zeiten bist. Amron? Ja, gib mir die Kraft. Das ist mein Kampfgesang. Äh. Ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich noch ein paar Dorfbewohner. So, brauchen wir noch ein paar. Kann ich nur 100 haben? Kann sein, dass ich nicht mehr als 100 haben kann. Das wäre traurig. Ich wäre wirklich sad. Zwei... Äh, ich spiele das... Oh, was passiert hier? Kann ich hier reiten? Ich meine, ihr seid meine Verbündeten. Okay, wir können nur 100 haben. Das heißt, wir müssen gar keine Häuser mehr bauen. Dammit. Nicht genug range. Kann ich in der Akademie was machen, damit sie mehr range haben? Würge? Würgen? Ich bin sicher. Ja. Das ist McC рыbe. Ich bin sicher. Ich bin sicher. das bringt mir nichts aber kommen wir noch mehr dorfbewohner habe ich noch irgendwo stehen du es gibt noch einen ausgang ich dachte es gäbe nur diesen geschützt die dorfbewohner also werden einigermaßen beschützt nein Äh, nein. Okay. Huhuhuhu, schneller. Das schicke ich jetzt schon mal direkt hierhin, dass wenn die fertig sind... Ja! Okay. Jetzt bauen wir das. Stellt euch hier mal hier irgendwo hin. Weit's darf. Wir haben jetzt erstmal die Armee, die von da kommen kann, besiegt. Na, halt nicht besiegt, sondern das erste aufgehalten. Ne, ja. Kann ich nicht in die Imperialzeit. Ich kann nicht in die Imperialzeit. Dammit. Jetzt machen wir zwei Dorfbewohner, die das noch machen. So, hier noch ein bisschen mehr Militär. Bisschen mehr Militär. Ja, ja. So, aber mein Priester-Squad macht hier weiter. Ja, ja. Ich habe eins gedrückt. Weil er wollte Q drücken. Das stört die Mario. Oha. Mach da mal auf der Lauer. Oha. Was? Geht ihr mal da hin? Können wir hier zwei neue Dorfbewohner. Alles okay? Alles okay? Alles okay. So. Du. Wapptürme? Nein. Dorfzentrum, Burgen, wir lehren. Die sind genauer auf bewegliche Ziel. Ja. Türme, Burgen. Mindestreichweite. Ja, das wollen wir auch erhöhen. Das wollen wir auch erhöhen. Ich habe noch irgendwo. Andere Dorfbewohner? Nein, du bist mein einziger Dorfbewohner, der keine Arbeit hat. Okay. Wie ist das, Squad? Ihr könnt mal von hinten ein bisschen heilen, glaube ich. Wenn ihr euch hier hinstellt, dann seid ihr nah genug, um zu heilen. Gucken wir mal, Dorfbewohner. So, jetzt. Zwei hier rein. Ich nehme den Dorfbewohner. Ich nehme ihn dankend an. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Wenn ich hier noch die Burg verwässern. Lebenspunkte. Verstärkt es ja auch. Sozusagen. Für die Kriegsanstrengungen. Für die Kriegsanstrengungen, ja. Zöllerlager. Richte ich mal da eins ein. Ich kämpfe gerne mal weiter. Eher dagegen. Ein paar von euch können gerne auf den Turm. Und macht das Dorfzentrum kaputt. Weißt du was? Ah, nee. Wir müssen die Felder zerstören. Wir dürfen sie nicht einfach übernehmen. Also ich glaube, unsere Dorfbewohner können sie trotzdem besetzen. Da bin ich mir ganz, gerade ganz, gar nicht sicher. Stop it. Auf. Was muss ich noch tun, damit diese Armee hier zerstört wird? Ja, ich weiß. Das heißt... Das richtet es hier einfach ein. Weil das hier ist bestimmt eine richtig geil zu verteidigende Position. Das heißt, selbst wenn hier wir überrannt werden, können wir mit meinen Dorfbewohner schnell nehmen. Und mich hier aufbauen. Deswegen mache ich das einfach. Und hier bin ich dann noch ein bisschen am Plündern. Plündern und Brandschätzen. Die heiligen Städte stehen noch. Einigermaßen. Oh, ich bin gerade auf den übelsten Brainy Move gekommen. Wartet. So, was braucht der Markt? So, wenn ich einen hier baue, dann kann ich auch mit dem hier traden. Ich habe einen übelst langen Weg, bekomme dafür relativ gut Gold. Okay. Wir können leider nur 100 haben. Aber es ist okay, ich glaube. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann Schiffe bauen werde. Kann ich das irgendein... Oh! Oh, Steuerung und Mausrad drehen. Okay. Okay. Binne, Anton. Binne, Anton. Ist hier noch was? Nee. Wir haben hier das Tor fertig und wir rennen dann direkt hier rüber in das nächste Lager. Aber wisst ihr was? Das nächste Lager... Oh, nee. Ich schneid das einfach so in mehrere Folgen zusammen. Es macht keinen Sinn, hier immer was durchzusetzen. Wir speichern. Aha. Wir speichern.